Hi. Hey du. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir heute? Du bist müde. Ja, du siehst auch bisschen müde aus, wenn ich das so sagen darf. Aber du hast Schwierigkeiten einzuschlafen. Okay, verstehe. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Das ist ganz normal, dass man manchmal nicht schlafen kann. Besonders bei der Hitze momentan habe ich auch Schwierigkeiten zu schlafen, muss ich sagen. Aber wenn du möchtest, kann ich dir gerne dabei helfen. Gar kein Problem, gar kein Problem. Das mache ich wirklich liebend, lebend gerne. Und meine Freunde sagen, ich mache das ganz gut. Also mach es dir gemütlich. Zieh dir was Gemütliches an. Begebe dich in eine gemütliche Position, in der du dich entspannen kannst und alle Muskeln lockern kannst. Und ich werde ein paar Sounds und Visuals für dich machen, die dich hoffentlich entspannen, entspannen. Zuallererst würde ich sagen, wir zünden eine Kerze an. Weil es gibt kaum entspannteres als Kerzen. Und diese hier ist super cute. Weil sie auch reinpackt. Und diese hier ist super cute. Und auch ein paar Kristalle drin. Möchtest du auch dran riechen? Die riecht wirklich unglaublich gut. Sag ich doch. Die hat diese lustigen, ähm, Holztöchertuchte. Keine Ahnung. Das macht auch ganz entspannende Geräusche, oder? Okay, ich werde die da neben uns stellen. Dann kannst du sie noch weiter betrachten. Okay, meine Lieben, das ist Svenja von der Zukunft. Ich habe euch vergessen, am Anfang den Fit-Check, Outfit-Check zu machen. Deswegen zeige ich euch jetzt ganz schnell mein Outfit und schneide das dann vorne rein. Also ich trage heute wieder diesen cuten Herz-Joker, den ich super gerne mag, super gerne mag. Mein Oberteil. Und dann trage ich noch einen, ja, so Roche. Roche-Nen-Rock. Als nächstes habe ich diese Haarbürste, die meiner Meinung nach auch ganz entspannte Geräusche macht. Ich hoffe, du stimmst das so. Wenn du dich konzentrierst, kannst du vielleicht auch noch die Haare machen. Die Kerze. Und mein Bauch. Ich glaube, das Lapping finde ich am entspanntesten. Hat was von Regen. Vielleicht kannst du dir ja vorstellen. Du bist in einem kleinen Häuschen. Und sitzt am Lagerfeuer. Und es regnet. Ausdach. Der Regen entspannt dich total. Der Regen entspannt dich total. Unglaublicher ist heute. Deswegen wundere ich dich nicht, weil du mich schwitzen siehst. Der nächste Gegenstand, mit dem ich einfach Sounds für dich machen möchte, ist dieser Spoolie oder ich weiß gar nicht wie man es nennt. Dieses Bürstchen. Bürstchen. Deutsche Werte sind so bescheuert, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe das Gefühl, die Kerze ist viel lauter als das Geräusch. Aber vielleicht ist es eine gute Übung. Ich habe das Geräusch von den Bürstchen zu fokussieren. Deshalb schaut euch erstmal auch nochmal drüber nachdenkt. Vielleicht war diese Sel Ton. Über diese Häuschen. Ja, freu ich dir nochmals zwei Bishop. Daher boat w��� her. Ich habe was ważne. Ich hoffe, du kannst dich komplett entspannen und alle Handspannung loslassen. Der Tag ist jetzt vorbei und morgen wartet ein ganz neuer, neuer, frischer Tag. Ist auch ganz wichtig, sich pausen zu können und die Akkus wieder aufzuladen. Dafür ist Schlaf, 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 ja da. Deswegen mach ruhig deine Augen zu. Augen, Augen zu. Und du verpasst jetzt nichts. Wenn du nicht zuschaust, mach dir da keine Sorgen. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Ich hab das Gefühl, ich bin auch nicht so gut. Also ich krieg sehr schnell irgendwie müde Hände. Aber jemand von meinen Kanalmitgliedern hat sich das gewünscht. Deswegen versuche ich's. Das ist nochmal schwieriger heute. Weil meine Finger, selbst meine Finger schwitzen. Das hat bestimmt 35 Grad in meinem Zimmer. Ich hab halt diese riesigen Fenster, die ich liebe. Aber dadurch reizt es sich einfach richtig krass auf. Aber ich beschwär mich eigentlich sehr sehr ungern wegen Hitze. weil ich Kälte so viel schlimmer finde. Okay, ich glaub das war's jetzt mit den Finger flutter. Meine Finger können jetzt schon nicht mehr. Als nächstes. Dann hab ich diesen Tadespann. Ich find den super cute und der macht auch ganz sanfte Geräusche. Ich hab meine Haare kleben an meinem Gesicht. Weil es so heiß ist. Die kann man auch ganz süß aufhängen. Als nächstes. Würde ich gerne ein paar Glas Geräusche machen. Falls es nicht hurting ist, könnt ihr den Teil auch skippen. Ich persönlich liebe Glas-Tapping. Oder Scratching. Deswegen hoffe ich, der Sound entspannt dich auch. Deswegen hoffe ich, der Sound entspannt dich auch. Okay. Das nächste Mal. Jetzt habe ich diesen kleinen Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker, Zucker. Okay. Okay, als nächstes würde ich gerne noch ein paar Wasser-Sound machen, weil ich die auch unglaublich entspannend finde. Ich habe hier unsere Water Globes, die immer so schön funkeln. Ich habe hier die Wuppe schon geschenkt. Aber ich bin etwas Besonderes emphasize. Ich bin ein besseres Wuppe schon wieder auf David und ich sage das Wuppe schon mal, was der Wuppe schon noch nicht, und ich bin ein anderes Schmid. Jetzt kann ich mir da, ich glaube, dass ich jetzt so eine neue Öl ist. Das war's für heute. Okay, my love, ich sterbe hier gerade fast in der Hitze, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen fluffy mic scrunching machen. Und hoffentlich schläfst du dann, schläfst du dann ein, falls du nicht schon eingeschlossen bist. Okay. Was hältst du davon? Wenn ich von 10 runterzähle und bei 0, schläfst du? Okay, perfekt. Dann fangen wir jetzt an bei Nummer 10. 9, 9, 9. 6, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 15. Sieben 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 Sechs 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 Fünf Fünf Zehn Vier 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 Und Drei 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 Zwei 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 Bist du bereit? Eins 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 Und Noe 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 Wie immer War es sehr sehr schön mit dir zwei zu verbringen Schön dass du da warst, dass du da warst Ich hab dich ganz toll lieb Ganz toll lieb Ganz toll lieb Sende dir Eine virtuelle Umarmung Und hoffe Du hast erholsam Erholsam Schlaf Und schöne Träume Ich hoffe Wir sehen uns bald wieder Dann bin ich hoffentlich weniger wachspitz Also ja Mach's gut Bis ganz bald Bye Bye